Herzlich willkommen bei KFZ4Me. Uns interessiert deine Meinung zur Sprachsynthetisierung. Was hältst du von der Computerstimme? Bitte kommentiere dieses Video. Wenn dir die Inhalte des Kanals gefallen, klick auf Abonnieren. Du wirst dann immer sofort informiert, wenn es etwas Neues gibt. Vielen Dank. Zur Demontage der Zylinderkopfhaube ist ein geeigneter Arbeitsplatz zwingend erforderlich. Die benötigten Werkzeuge sollten bereit liegen und in einem einwandfreien Zustand sein. Die Befestigungsschrauben der Zylinderkopfhaube sind nach Herstellervorschriften zu lösen. Je nach Hersteller erfolgt dies reihum oder überkreuz. Bei manchen Herstellern dient die Zylinderkopfhaube auch als Befestigung und Lagerung der Nockenwelle. Besonders bei diesen Motoren ist auf eine peinlich genaue Einhaltung der Herstellervorschriften zu achten. Es droht sonst eine Beschädigung der Nockenwelle. Zuerst werden eventuell vorhandene Schläuche und Kabelführungen sowie Sensoren in der Zylinderkopfhaube entfernt. Durch Drehen der Befestigungsschrauben nach links mit einem geeigneten Werkzeug wird das Befestigungsmaterial aus der Zylinderkopfhaube entfernt. Die Zylinderkopfhaube kann danach vorsichtig vom Zylinderkopf abgehoben werden. Die meist an der Zylinderkopfhaube oder am Zylinderkopf verbaute Dichtung muss beim Fügen des Motors ersetzt werden, um eine ausreichende Dichtwirkung zu erzielen. Die entfernten Bauteile sind geordnet und gereinigt abzulegen und für eine eventuelle spätere Wiederverwendung aufzubewahren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Like hier. Abonniere den Kanal, um immer als erster von neuen Videos zu erfahren.